jasmin fragt mich wie es mir geht mir geht es nicht gut ich bin brummig jasmin aber es ist schön dass ihr wieder mit dabei seid ich hoffe ihr seid nicht so dolle mitgenommen wie ich wir müssen ja heute meine sachen holen kann das sein dass die kiste wer hätte das gedacht ich geh ins wasser und bin was aber gesagt ich habe pilsamen aua mein fuß hat geknackt welchen körperbereich abteile haben wir noch gar nicht doch nee wie baut man die wofür braucht man die sachen hier eigentlich um waffen zu bauen ja ich und wie geht das keine ahnung mit einer werkbank glaube ich musst du anklicken klickt das ding an der höchste rezepte das ist ja jetzt waffen und werkzeuge um dieses gegenstände zu erhalten neue gegenstände fertig ja wenn ich das jetzt nehme ja und dann rezepte ach so ak 47 maschine der bauplan ak 47 maschinen gewährt das heißt wenn du den an die handbuchautomatische waffen blödes fisch wir brauchen da die baupläne von blödes fisch wir brauchen da rein machen wir jetzt keine axt kommen wir nicht zu nahe ich bin gefrustet kommt ihr so blöder wolf auf mich zu indem ich eine waffe in der hand ich habe eine waffe diesmal mit abgenommen und was ist sie ist nicht nachgeladen wo ist meine brille überhaupt beim friseur deine brille die ist in meiner tasche ach so aber wir haben noch zwei die ist nicht immer dass wir haben noch zwei wenn du vor den lagerfeuer stehst oben links ganz links die kiste also links von dir wo soll das sein dass noch zwei brillen drin ist keine brille drin doch bei den klamotten welche ist das ist egal glücksbrille glücksbrille ja die sind gleich außer du nimmst die nerd brille dann bist du intelligent dann gehörst du auch mit zur coolen truppe das ist ja doof dann habe ich ja mein nachts sich gerät gar nicht mehr ist richtig was ist davon jetzt besser nachts sich gerät brauchst du halt nur nacht und glücksbrille zum looten also würde ich wechseln nachts kannst du auf sich gerät und tagsüber die glücksbrille in der theorie wie du das in der praxis handhaben würdest ne das weißt nur du und gott ach halten sie doch bitte der gott ich hab die sport ist nur ein eine box machen für nur medikamente damit man hier mal klar kommt hier ist immer noch der böhr ich habe 80 762 munition aber wenn ich die verwende haben wir habe ich nichts mehr für die bildsau wo mein staff liegt und es ist bald ein mond ne da jetzt drin ist das hier durcheinander ich lass den bürmer in ruhe dann wieder raus ich nehme mich auch mal mit das ist bestimmt nicht hier sind schon pilze so nach in deinem schlüpfer scheidenpilz ich kann die sogar hier auf dem wohnen pflanzen aber aber das machst du ja nicht 20 kaffee wohnen sie kacke dann ist noch guten nein ich räume das versucht dass sie gerade einzusortieren dein loot ja du kannst ja wenn du magst noch mal zehn kaffee fertig machen wir sollten eigentlich genug dafür haben wir sowieso kaffee wasser abkochen in dem wasser haben wir glaube ich noch ja ich habe ich habe aber ich habe aber hier trübes wasser man deswegen koche ich das jetzt ab weil keiner die genug habe nee man kann nie genug wasser haben war die haustür nicht offen also hier ist auf jeden fall schon mal mein fahrrad hier ist auch noch cement aber ich kann es ja nicht mitnehmen weil meine taschen voll sind ja aber da wo ist denn meine hacke da ich kann die sau gar nicht sehen gerade so dass man über dieses loch nicht auf den schießen kann okay ich habe ihn das war ein kinderspiel was hast du das schwein ja wieso ist mein inventar jetzt so klein ich kriege hier nichts mit vor allem genau die sachen lasse ich bestimmt nicht hier ähm jetzt ist meine dose und jetzt äh ist hier noch eine dose da haben wir platz schaufel weil ich muss erstmal sortieren also es ist klar dass ich noch was hier lassen muss das ist ja hier mit der mod d so dann habe ich nämlich das trübe wasser das kann ich trinken das heißt ich ziehe mir jetzt mal den kaffee rein habe ich weniger platz als vorhin die federn waren nicht da die eier waren nicht da der hammer ich habe trotzdem noch nie honig hier raus gekriegt ich glaube die besten waffen findet man auch die baut man nicht ich habe gerade honig ne ich rede mit mir selber das musst du ja sagen meinst du jetzt mich oder dich ähm könnte die rei oder das klebeband wenn ich das aber das ist auch doof schmeiß das eine öl raus nimm dafür die säure mit oh mein gott schrotflinten teile jasmin schrotflinten teile ja wo kommen sie denn ja nur kommt mal raus hier hier nehme ich das mit was ich mitnehmen kann so na kommt doch ist hier noch was drinnen ne da war nur die sau die olle sau die olle sau hey die sind erstmal so acht meter schwein in so einem stall ich hab meine aussauer scheiße scheiße falls du stirbst ach nee oh glückwunsch ich bin in der nähe glückwunsch bei mir du bist voll weit weg ne ich bin hier oh glückwunsch hier bei uns am haus ey mein arm ist verstaubt und ich bin schon wieder infiziert die infiziert problem ist ich hab kaum ausdauer das ist das problem äh ich hab hier ein viel größeres problem das tue ich mir jetzt nicht an hier 7000 damage zu machen um eine kiste zu öffnen der wahrscheinlich wieder nur in lumpen drin ist was das panzerplatten da hast du immer so viele achkut machen muss ähm kann ich die gleich nehmen ne du kannst die kiste ja auch mit dietrich öffnen aber ich hab keine äh ich hatte jetzt ne kiste die ging ganz einfach eigentlich hi nun band 7 maximaler schaden verursache 10% mehr schaden mit 9mm waffen ey ich seh immer nicht wo die herkommen oder hör das ach hier dicki kann ich nicht mehr nehmen cracker book gib mir was geiles bauplan dynamit stange durch lesen des bauplans kannst du lernen wie dieser gegenstand gefertigt wird heiße dynamit jasmin was hast du eben gesagt mist hab ich gesagt ja ich hab auch mist verstanden ich frage mich ob wenn ich jetzt hier dynamit hinschmeißen würde ob hier alle kisten kaputt sind oder ob die hier offen wäre oder ob die hier offen wäre das wird wahrscheinlich ne weile dauern meint jetzt mich mhm das hab ich jetzt einfach nur so gesagt ok das ist ja ein krampf ja hier auch denga keep out bi ware of dog hm sei ware auf hund oder? hm bi ware of dog hm oder aus hund sei ware aus hund uah hier sind ja alle stacheln mein kaffee habe ich schon getrunken oh sperrt huhu bist du schon wieder am kämpfen ich versuch's aber irgendwie steht die da und schläft im stehen hab ihr voll in den arsch geschmeckt ja komm mal komm mal her die ganze fallen ja ja lauf nochmal rein komm los ja danke die sind so doof hast du äh spikes aufgebaut schon? nö die sind ja schon gewesen aber ich hab ihren arsch geschossen mit dem pfeil und dann wollte sie zu mir kommen und dann ist sie in die dinger gelaufen du bist ja frech jasmin voll lustig was bist du? voll lustig so ganz schön frech das leid andere amüsiert dich also jasmin ja bitte oh ich geh kaputt hier ist das bei dir auch grad so spannend wie bei mir? ja ja ah hier ist nix ich dachte hier wär noch bei mir ist grad richtig spannend ja? ja bei mir auch ich hau mit nem hammer auf ne kiste toll ach so ich wollte mal gucken ey naja dann geh ich wieder war schön hier oh mir hat fast aufgefallen jetzt nehm ich ne spitzhacke mhm abwechslungsreich die folge abwechslungsreich sag ich dir eh naja ich hab ein paar zombies genötet hier ist alles noch leer wieder ja oh das gibt aber damage an ne schaufel so die truhe ist offen uuuuuh ja oh god ey haben sie dir irgendwie deine hoden geklaut oder? ja hört man ja das hört man aber auch warte mal ich verändere das dann schiebe ich hier noch ne oh jasmin ja wenn ich nehm dir mal was cooles mit ne dreifach taschen mod dann kannst du nur noch maximal 3 6 9 überladen sein und alles andere hast du frei ok so mein arm ist geheilt schneipenschlägerei band 6 nachdem du getroffen wurdest sind raufangriffe um 20% schneller und deine bewegungsgeschwindigkeit wird um 10% erhöht nehme ich mit? ne set ist mir egal das wicke ich mir rum und das mache ich auch nochmal äh 9mm die habe ich und den Dude muss ich noch mitkriegen jetzt wird schwierig jasmin so ich bin am verhungern und ich bin schon wieder infiziert wir haben noch klebe ah hier nein weil ich ein klebeband gerade weggeschmissen habe sag ich notfalls machen wir noch mal kleber äh ey mal gut dass ich nicht direkt hier in diese komische Grube gegangen bin ich habe doch gesagt ich habe einen Tunnel gefunden aber ich gehe erstmal das Haus durch gucken ne der Tunnel hätte mich direkt zu diesem komischen Wildschwein gebracht so und das Wildschwein ey ihr werdet keinen best friends ne mal gut ne mal gut dass ich das so gemacht habe jasmin mal gut so ich bin fertig ich weiß ich bin wieder zu Hause so bist du das ja hier Zement ich mache mich auch gleich mal auf den Weg zum Händler ja äh hat er nicht schon zu? ne 22 oder 22 weiß ich nicht da werde ich ja sehen ne so so und 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 hier war nur einer ne gut damit haben wir die Hütte auch mal besucht hier ja drüben schon wieder Loot na egal ich bin ja eh äh voll ja komm erstmal hier was ich aber habe ähm sind 50 9mm Patronen und so ein äh komische ähm ja ich mache hier ständig alles Robotik Hammer ja das ist gut ja ich bin erstmal ich muss ja die Sachen noch wegsortieren wegsortieren ja und dann gehe ich im Bett wegsortieren na die Folge bleibst du ja wohl noch ey die ist doch eh gleich zu Ende oder nicht ich bin gleich zu Ende hier ist ein Zombiehund und ich habe keine Ausdauer das ist unfassbar unfassbar welches Leid ich hier heute erdulden muss ha oh mai oh mai da ist noch ein Huhn aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf ab jetzt los zumal ich auch keinen Platz dafür habe komm doch er ist so ein richtig angenehmer Zeitgenosse ne der Bankangestellte ist so richtig Beamter der hat die Ruhe weg beim Jagen beim egal was ein ganz entspannter Typ Aua ach mein Kopf tut schon weh ich weiß gar nicht was wollte ich ihm beim Händler nur den Silberklumpen verkaufen ne ich weiß nicht das wird von der Zeit her aber ziemlich knapp vielleicht du sagst ich soll Kaffee kochen und wir haben nix für nen Kaffee oder was hä wir haben doch Kaffeebohnen und Wasser ja da ich muss dir erstmal holen mach ich gleich 20 Kaffee oder was 20 Kaffeebohnen 20 Kaffee ja würde ich sagen Kaffee ist ja besser wie Wasser ne weil es die Ausdauerlänge regeneriert dann können wir Wasser trinken wenn wir looten gehen und Kaffee wenn wir bauen oder Holz hacken oder so wir haben ist 19 Uhr 3 19 Uhr 4 die Zeit fliegt aber ja so ich bin jetzt auf jeden Fall beim Händler dann können wir mal gucken was dieser Silberklumpen bringt 5 Minuten dauert das jetzt hier liegt auch die Kiste vom Flugzeug ne mach auf ach du hast keinen Platz mehr ich hab gar keinen Platz mehr vielleicht sortiere ich gleich nochmal ein bisschen durch je nachdem was in der Kiste ist haudi so Kollege ich hab hier einmal ich wähle eines Schraubenschlüssel abgesägte Schrotflünten Mod toll ja Schraubenschlüssel kann ich schon ne warte mal ja ja gut jetzt wir kuchen mit Gas äh willst du von mir mal was kaufen? kann der das auch? weiß ich nicht ich hab den Silberklumpen äh wo ist der hin? oh hat er vergessen hat er vergessen ah hier hab ich verkauft für hunderte Trance ja das ist ja schön so jetzt geh ich noch einmal kurz zu dieser Kiste weil sonst wollte ich eigentlich auch nichts weiter verkaufen kaufen mhm ich kann ja mal hier meine Punkte ich hab jetzt auch aus Zeitgründen mal nicht geguckt was ich kaufen kann ne ah äh was ist das äh da ist ein Stoff Rüstungspaket drinnen was? ein Stoff Rüstungspaket aber ich kann's nicht auspacken weil mein Inventar voll ist aber ich kann's mitnehmen mhm okay ich komm mal zurück ich komm mal zuhause Jasmin ja zuhause zuhause ist da wo du kacken gehst zuhause ist da wo du auch mal schläfst hier zeig der mir immer Rauch an aber dann wäre die Kiste ja im Wasser mhm ja das hat der bei mir auch angezeigt auch am Wasser? dann ist ja hab ich hä bist du doof? dann ist eine Kiste im Wasser oder was? ja denke ich mal ja dann gehst du da rein ja aber dann machen wir das morgen was? was? mit der Kiste? geh doch schnell los nee sag bloß du bist müde ja ja ich bin schon auf dem Weg nach Hause Inge wo ich mhm Kürbiskuchen wie kann man den denn backen? Kürbis einmal ey wir können doch Kürbiskuchen backen Kürbis Ei Maismehl Tierfett gekochtes Wasser ja wenn der was bringt warum nicht ne? weiß nicht was der bringt ich hab jetzt nur geguckt Kürbiskuchen äh wo sieht man das was der bringt? warte mal ich glaube da ist so wie so ne Skala so ne so ne so ne so ne aber ich brauch hier äh Rezept Kürbiskuchen ich kann ja mal gucken ob ich das hab ja ich weiß nicht ob ich wie sieht man das denn? wenn du dahinter ein Schloss hast dann hast du es nicht wenn du kein Schloss hinter Kürbiskuchen hast kannst du es machen ich hab ein Schloss hm hm da hast du noch kein Rezept dafür ich hab überall noch ein Schloss hinter ja die verlierst du ja beim Leveln ne Chefkoch zum Beispiel dann kannst du immer mehr kochen also immer mehr Gerichte oder wenn du die Baupläne dafür die Rezepte findest aber Ei mit Speck konnte ich auch schon machen also Ei mit ja aber du hast doch einen Chefkoch reingelevelt oder nicht? ja aber da ist auch ein Schloss hinter ach da steht freigeschaltet freigeschaltet hä? freigeschaltet raffe ich jetzt nicht vielleicht hast du das Rezept dafür ach was weiß ich was weiß ich Jasmin ich hab das Rezept dafür nicht der Mais und die Pilze sind auch wieder fertig ähm was sagst du Kürbiskuchen? ja aber Speck mit Eiern kann ich ja auch machen aber da ist auch ein Schloss hinter ich kann Kürbiskuchen machen ja? ja ich hab äh 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 meinst du ganz oben rechts ist das Schloss? also über der ja nimm den Buch ist das offen? ja 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 dann kannst du es machen ok aber steht hier nicht wie viel der bringt müsste man ein machen zum ausprobieren ja jetzt auch man so was hab ich denn hier cooles gefunden einmal das einmal das ähm ähm ach so Eier die müssen wir halt noch reparieren rohr was denn? äh nix auch ein rohr rohr ach rohr ich hab schon rohr he rohr die brauchen rohr ich würd die auch einfach mal mitmachen so meine schöne stufe 4 äh äh so kochen wir das na vor allem brauchst du da nicht viel für zwei kürbisse ein Ei ein Mais mehr ein Tierfett ein Wasser alter wir haben so viel zum blind wenn ich hier gleich weg bin muss mal reingucken ähm ok kannst du reingucken ich kann voll viel machen ich kann voll viel machen Maisbrot ähm Nahrung 50 Gesundheit 25 maximale Ausdauer Bonus 20 oh das ist doch richtig gut hier warte mal äh hast du einen Moment ich hab was für dich mhm mhm oh was soll ich damit du hast dich doch gesperrt ja ich gesperr mich öfter mal das stimmt eigentlich würd ich dir nie was nettes sagen pass mal auf so ja da oben äh ähm mhm Dosenfraß hab ich nur Dosen? nö Zutaten für Speisen so guck mal jetzt in die Fleischkiste one moment jetzt mach ich hier erstmal nochmal Brot äh Kuchen ähm da wir haben schon drei Motoren na das ist gut ich weiß noch nicht wofür aber das ist gut Knochen Leder Knochen Leder ähm Wazer Trübes Wasser da war halt Rüstung drin in der Kiste ich sortiere die mal ein zu der Rüstung aber ist jetzt nicht so achso und ich hab noch was für dich damit du nicht mehr so schnell überladen bist falls du einen Moment hast oh ne ey bin ich doof halt, warte ich hab noch was für dich hinter dir okay, warte Mensch ich hab keine Zeit für sowas nimm es einfach und sei dankbar dankbar auf Lebenszeit ich hab dein Leben verändert so, dat noch reparieren und dann können wir hier nochmal rein schmeißen und dat hier noch reparieren ähm Wasser Durstlöscher habe ich Maisbrot gemacht was 5 Wasser entzieht weil ich mich verklickt hab hmm ah das ist mir so jetzt äh zwei Kleinigkeiten möchte ich gern noch machen einmal mein Fahrrad ausräumen so so zugleich noch mal ne Wasser haben wir ja so, wir haben jetzt ähm warte mal oh ey ich lauf hier mal gegen hm ich müsste einen Block raus das passt nicht was, was kann man aus Maiskolben äh Maismehl machen ja okay weil dann brauche ich das Maismehl mal eben einmal auf für die Dings und dann kann man das nochmal machen hier noch ein Block ran wie viele Rahmenformen kann ich jetzt machen äh ich kann es aber nicht aufwerten ne ich verhunger bestimmt hier gleich so, dann haben wir viermal den Kuchen und achtmal das Brot aber besser wie nichts ja gut ärgerlich dass du aus Versehen das Brot gemacht hast ne aber das Brot bringt auch wenn du äh Nahrung 10 Gesundheit 5 Wasser halt ein bisschen aber Wasser haben wir ja maximal Ausdauer Bonus 10 ach jetzt hab ich nichts zum Aufwerten warte mal Holz naja aber wie komm ich ja jetzt hin um die zu platzieren obwohl ne doch das geht ja das ist ja kein Problem ne Rahmen Holz Kürbiskäsekuchen gibt's auch noch Kürbisei Maismehl Tierfett Bier Bier ist das doch ein Problem hab mir nix gebrochen Oh ja jetzt haben wir erstmal was zu essen ist da ein Rahmen im Weg da ist ein Rahmen im Weg ne ja das müssen wir denn nochmal aufwerten nix hm so ich kann hier jetzt so nicht drehen oh das war nicht warum geht das doch nicht können vielleicht noch ein Stück vor ne aber ja gut ich lass den erstmal so mal gucken was der bringt vielleicht schubst er die ja hier immer runter hm das ist halt nur nicht wenn die denn hier gehen naja ist egal wie wir testen wir werden sehen und dann können wir den ja immer noch umstellen ja yo yo so hier ich hab auch was für dich wo bist du denn äh ich komme ich wollte doch gucken ob du das hast zwei Samen was ist da los was ist da los äh hast du äh ne Freundin mitgebracht wo ist die hä wo hast du denn die äh läuft gerade die Treppe hoch oh 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 dann kann ich gleich gucken ob das funktioniert was denn ich hab da was hingestellt hm der 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 muss nochmal jetzt weil du dich links vor mir hingestellt hast hab ich vor dem PC gesetzt und gerade nach links geguckt weil ich mit dir quatschen wollte hm was macht die da da ist der steht zu weit hinten ne der Rambok wo ist denn der Dicke ich hoffe mal dass ich den nochmal aufnehmen kann ich würde ihn gerne nochmal ein Stück vorsetzen kannst du ihn kurz leben lassen er muss nochmal runterfallen ja ist er ja ich muss erstmal da hin wo ich hin muss ja nicht dass er gleich stirbt scheiße jetzt komme ich da nicht hin wo ich hin will ist er oben oder unten er geht jetzt hoch äh er kommt wieder runter nein mach es jetzt nicht kaputt kann ich aufheben mach nicht unser Dings da kaputt äh er ist gerade anders ups muss da weg der will nämlich zu dir ja der ist gerade darüber gesprungen hat nicht geklappt haut er den nicht runter nö hat er nicht umgehauen eben aber er kommt nochmal mal gucken das habe ich mir irgendwie effektiver vorgestellt jetzt ja gut aber er schubst die genau wenn sie hier über diesen Dick springen wollen ne ja lustig aber wie der geht ey das ist das Ding doch ganz cool voll gut aber er stirbt davon leider nicht ne ne die sterben davon auch nicht so ne aber zumindest ähm haben die schwieriger hier zum Gitter zu kommen ja vor allem wenn da einen schubst und da sind mehrere schubsen die sich gegenseitig weg ich hoffe mal ich hoffe dass die das nicht kaputt machen weil ich wollte den eigentlich da hinterm Käfig stellen aber jetzt ist er tot Tatsache das Ding tötet doch voll erstattet Tatsache das hätte ich jetzt nicht gedacht ich wollte den eigentlich hinter das Gitter stellen damit der sicher ist aber hat nicht funktioniert ich gehe jetzt ja so ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten schön dass ihr mit dabei seid meine Sachen holen und ein bisschen also wer bis zum Schluss taggeblieben ist hat definitiv vielleicht nochmal einen kleinen Lacher gehabt mit diesem komischen Ding da das ist ja mega cool naja so ich hoffe ihr seid morgen wieder mit dabei wir gehen stark auf den Blutmond vor äh zu wir müssen uns im Böhm noch vorbereiten nach Spikes hinschmeißen ne pipapo ja und dann wird der Blutmond schon losgehen ja auf jeden Fall ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten bis dahin macht's gut ciao tschüss bis 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 Vielen Dank.